Berechne die Masse M, wenn dieser Hebel im Gleichgewicht ist. Zuerst schreiben wir die Angaben auf. Dieser Hebelarm L1 beträgt 50 cm, das heißt 0,5 m. Dieser Hebelarm L2 beträgt 30 cm, das heißt 0,3 m. Diese Masse, nennen wir sie M2, beträgt 350 kg und was wir suchen, ist diese Masse, klein m. Wir wissen, dass ein Hebel im Gleichgewicht ist, dann und genau dann, wenn die Summe der Drehmomente links von der Drehachse gleich ist zur Summe der Drehmomente rechts von der Drehachse. Also hier F1 mal L1 gleich F2 mal L2. F1 und F2, das sind Gewichtskräfte und eine Gewichtskraft wird berechnet durch Masse mal klein g, wo wir als Wert für klein g 9,81 Newton pro Kilogramm wählen. Also können wir jetzt diese Gleichgewichtskräfte und F1 mal L1 gleich F2 mal L2. Fähigstens hier erkennen wir, dass wir den Faktor klein g gar nicht brauchen, denn wir können diese Gleichung sofort durch klein g teilen. Somit bleibt also M gleich 350 mal 0,3 g teilt durch 0,5, also 210. Die gefragte Masse beträgt also 210 kg.